Hallo, ich bin Dennis. Ich stehe jetzt hier in Winzell, da ist ein Schild und da steht, da steht M und da ist Gersbach, geht es nach Gersbach-Helsenklamm. Und dann hier ist eine schöne Landschaft, da können wir immer vorbeikommen. Auf der anderen Seite, genau, alles schön weiß. So, hier geht es nach Winzberg und Gersbach. Ach, da können wir immer wandern gehen, können wir vorbeikommen und im Sommerurlaub machen. Da sprechen wir doch immer nach. Hier geht es nach Winzell Stopperhütte, das heißt mal eine schöne Hütte. Ja, das heißt mal auf die schöne Wanderschrift. So, schön. Da sind direkt. Da ist noch schön, schon nicht. Da ist noch schön, wenn wir auf dem Platz stehen. Da ist noch ein bisschen Frau, da ist noch möglich. Da ist noch nicht Petersburg. Da ist noch nicht nur für eine Waffe, da ist ein Hund. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, da ist ein Rundweg, es geht nach Gersbach. Hier, auf der anderen Seite ist ein Rundweg, wenn ich da vorbeikomme. Ich stehe schon an einer schönen Wundertafel, eine Wanderkarte. In der Schnitt 6,7 Kilometer ungefähr 2 Stunden laufen. Also, wenn ich hier von den Hunderten laufe, da vorne steht noch ein Schild. Da muss ich achten, das ist ein fein Hitzetlampen. Das ist ungefähr 2 Stunden. Scheiße, wohne schöne Tafel. Ja. Und das ist auch blau-weiß Farbe. Also, da laufe ich jetzt runter, hier geht es nach Wilsel. Nach Wilsel und Heim. So. 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 Das ist Felserwasshaus, Felserwass herein. Da vorne könnt ihr irgendwo essen und trinken. So, jetzt laufen wir aber wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das war's für heute. So, da ist der Stadion 2000. So, ich bin jetzt hier in Winsel angekommen. Ja, hier bin ich hier in Winsel. Und da, unerschön hier, können überwandern gehen, da bin ich gekommen hier. So, da steht, hier steht, fehlt da was da rein, Stopp, Radhüte. Da vorne steht, Radweg, Fußweg. Ja, ja so, ich wünsche euch einen schönen Samstag und schönen Wahlendienstag. Und wir sehen uns bald wieder auf Video, Dreh, YouTube. Und tschüss, bis bald und Gottsegen. So, Dreh... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.